Wie sieht Ihre WM-Analyse des DFB-Teams aus? Ja, wir haben uns natürlich auch die Spiele des DFB genauer angeschaut und haben auch alle Spiele mittels unseres Spielbeobachtungssystems analysiert. In diesem Chart sieht man die Art und Weise, wie Tore und Torchancen gegen das DFB-Team erspielt wurden. Hier sprechen wir von sogenannten Spielepisoden, das heißt, wie kam der Gegner in Ballbesitz, bevor er sich gegen den DFB eine torkritische Situation erspielen konnte. Und ich denke, man sieht auf einen Blick, dass sehr hohe Werte jeweils bei den Ballverlustaktionen waren. Das heißt, der Gegner hat wirklich versucht, den kontrollierten Spielaufbau des DFB zu stören, um dann über ein schnelles Umschaltverhalten zu einem Tor oder zu einer Torchance zu kommen. Das Ganze nimmt hier knapp 60 Prozent ein. Ich denke, ein weiterer sehr interessanter Wert hier aus der Grafik ist der Punkt Standardsituationen. Die deutsche Mannschaft hat, wie man auch mitbekommen hat, sehr viel Offensivstandards trainiert, woraus sie auch sehr viel Profit schlagen konnten. Man muss aber auch dazu sagen, dass auch defensive Standardsituationen deutlich stabiler geworden sind. Denn von den Toren und Torchancen, die zugelassen wurden, waren lediglich 14,7 Prozent aus einer Standardsituation. Und das ist, denke ich, schon ein sehr, sehr guter Wert. Wie sehen Sie das Auftreten der deutschen Mannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft? Ja, ich denke, dass die deutsche Nationalmannschaft bisher sehr viel und auch sehr gut analysiert wurde. Was mir persönlich noch aufgefallen ist, ist, dass sich Jogi Löw und natürlich auch sein Trainerteam einfach taktisch sehr intensiv auf das Turnier vorbereitet hat. In aller Munde war ja zum Beispiel die Position des falschen Neuners, wobei ich persönlich auch die Position des falschen Außenverteidigers sehr interessant und fast noch spannender fand. Zu Beginn des Turniers haben diese Position zwei gelernte Innenverteidiger bekleidet. Das hat sich im Laufe des Turniers dann verändert. Philipp Lahm hat diese Rolle dann übernommen. Trotzdem war die Ausrichtung eigentlich sehr ähnlich und diese Ausrichtung würde ich ganz kurz gerne mal auf der Taktiktafel schildern. Wir sehen hier jetzt eine mögliche Aufstellung. Deutschland in Weiß von unten nach oben gegen ein 4-2-3-1-System. Das war natürlich auch auffällig, dass sehr viele Mannschaften in diesem System aufgetreten sind und das wusste natürlich auch das Trainerteam. Eine mögliche Lösung, wie sie aufgefallen ist, um gegen ein 4-2-3-1-System zu agieren, ist eben eine Überzahlsituation auf dem Flügel zu schaffen. Und das Ganze wurde umgesetzt, indem Höwedes und Lahm von Haus aus sehr weit hochgeschoben sind in der Spieleröffnung. Und dann Müller und Özil von ihren Positionen als offensive Außen sozusagen ins Zentrum reingeschoben sind. Das Ganze hatte zum einen zur Folge, dass die gegnerischen Außenverteidiger hier 2 und 3 eben in eine Unterzahlsituation gekommen sind. Das heißt, wir hatten hier ein 2 gegen 1 aus deutscher Sicht. Und es war natürlich auch schwierig für den Außenverteidiger zu entscheiden. Orientiere ich mich jetzt beispielhaft auf der linken Seite an Özil und gehe mit ins Zentrum? Oder bleibe ich außen bei Höwedes und lasse Özil in dem Fall frei stehen? Die Spieleröffnung oder der Spielaufbau selber lief dann über Hummels, Schweinsteiger, Khedira, Boateng, also sehr stark übers Zentrum und war dann oftmals eben auch abhängig, wie sich die gegnerischen Äußeren verhalten. Wenn die hier ins Zentrum mit reingeschoben sind, um auch hier jetzt eine Unterzahlsituation zu vermeiden, dann war natürlich die Situation wie folgt. Der Pass nach außen war offen und es war möglich, Höwedes oder Lahm anzuspielen und in genau diese Überzahlsituation reinzugehen. Es war aber auch immer wieder deutlich, dass diese beiden Spiele gar nicht so weit den Weg ins Zentrum gesucht haben, weil womöglich auch ein Sechser noch mit nach vorne kam, der hier nachgeschoben ist. Wenn der hier relativ weit außen geblieben ist, dann gab es auch immer wieder die Möglichkeit, in dem Fall auf Özil durch die Lücke zu spielen, der dann hier auch schon relativ nah an der gegnerischen Viererkette war und auch hier in die Überzahlsituation oder ähnliches gehen konnte.